Gute Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft The Lost Island. Ist nix gut diese. Ist nix gut diese. Mit Anni und Alien. Moin. Moin. Was geht da da? Jetzt bist du da. Was ist noch bei Lärm? Berlin seid ihr gut drauf oder was? Ich wohne zum Glück nicht in Berlin, aber ich auch nicht, boah Gottseidank. Boah, ich war mal in Berlin. Ich auch. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Philipp! Philipp! Ey, warte ich spring jetzt auf sein Boot. Let's do this. Ich will ihn angeln. Oh nein! Trickshot. In sein Boot gesprungen. Ich glaub wir müssen mal irgendeinen kleinen Besuch abstatten. Oh! Wie direkt im Boden schießt. Schon ein bisschen, ja. War das knapp? Junge. Hör mal auf. Ich bin halt einfach ein Schütze. Ja, ja. Geh mal aufs Schützenfest. Ganz klar. Tage hast du hin, Alter. Aua. So schlecht, Alter. Das gibt's wirklich. Es gibt wirklich ein Schützenfest. Warte, jetzt muss ich zählen und rechnen. Ich weiß aber, dass das war so schlecht. Du musst jetzt einfach vergraben gehen. Ja, okay. Ja, gut. Jetzt weiß ich mein bester, geb ich zu. Und hier sieht man eine Ani, die versucht gerade zu zählen. Sie hat es, glaub ich, geschafft, oder? Ja. Ja, sie hat es geschafft. Sie setzt nun einen Block. Doch die andere Frage ist, die man sich noch stellen muss. Wie macht sie den Hebel dran, dass er nicht auffällt, unter anderem? Ach, da muss ein Hebel dran! Ich geh wieder. Warte, warte, Ani. Äh, Ilja, ähm, könnte ich vielleicht... Es klingt zwar komisch, könnte ich sie vielleicht bei dir abgeben? Äh... Wir wollen ja in den Mandanten, das wird nicht auffallen, also... Wieso? Ähm... Willst du sie aber nicht haben? Was macht die denn da? Nee. Hat sie, sie experimentiert? Fuck. Ich dachte, dass die leuchten einfach so. Hallo? Hallo? Was macht der denn jetzt? Der hat's abgebaut hier! Der Russe hat keine Manieren, ey. Junge, gib mir die Steine wieder, die Blöcke. Friss nur seine Simitschkis und kann nicht ruhig sein. Komm, ich stehe, du ***, Russe, und gib mir die Blöcke zurück. Ich hab sie nicht... Ah, da liegen sie, hat nichts gesagt, Ilja hab ich lieb. Ja... Schrägdach ist auch mal was Neues, also ehrlich. Was mach ich falsch, jetzt komm ich nicht hoch! Ich wollte auch einen Schrägdach machen, jetzt kann ich keinen Schrägdach machen. Ja, ja, natürlich willst du das machen. Junge, was mach ich falsch? Du... Häck ganz, ganz vieles. Oh mein Gott, du... Oh... Probier weiter, bis du's schaffst. Ilja, guck dir das bitte an. Guck dir das bitte an, wie sie's hinkriegt. Oh, ich kann nicht mehr, ich... Nee, es wird Spaß. Ich glaub, die Zeit wird interessant, wenn wir hier alle sind. Warte, 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 ich bin auf dem Weg. Schau dir das an, sie... Sie schafft's bald. Ich seh's, komm. Warte, müssen sie rausschlagen, guck, das geht. Oh, scheiße. Das ist hinter Wasser, da ist auch ein Freund. Nein, nein, nein. Du gehst auf die anderen Weg. Oh, oh, oh. Was, du Teufel, ihr? Okay, jetzt rechts mehr. Scheiße, aufzubrennen, wenn ich ins Wasser springe. Guck, was ist Luca, Selte? Was sind die Arscher? Oh, scheiße, der Boost ist zu krass. Was passiert dir? Ich brauch... Ey, ich hab grad zugeguckt, Junge. Ey, das ist... Der Randalisten. Unser Nachbar geht mir wieder auf den Sack. Ey, jetzt reicht's mir, du keine... Ey, jetzt... Haben wir noch irgendwo Dschungel? Ha! So was das. So, okay, entschuldigung, entschuldigung. Ich nehm das Spiel vielleicht ein bisschen zu ernst. Haben wir noch irgendwo Dschungel? Ja, nein. Ja, guck dich mal um. Ja, jetzt reicht's mir. Nee, fuck, ich brauch Eiche. Kommt immer runter, Junge. Ja, komm, ich lass den jetzt ertrinken, reicht mir jetzt. Na ja, ich dachte, du brauchst dein eigenes Zimmer. Wenn du dich zurückziehen willst. Ey, du kannst mir ein kleines Zimmer geben, aber ich will doch mit dir im Bett schlafen. Ja, boah. Ach ja, gut. Ja, hallo? Ich hab aber ein bisschen Angst mit Papa Schlumpf im Bett zu schlafen. Ja, da zieh ich ja dann mein Ding aus. Dass er einfach seinen blauen Schlumpf mal kurz zeigt. Darauf hätte ich gar keinen Bock, wenn ich ehrlich. Also wer auch immer sich das gerade Bild dich vorstellt, ja? Was ist los mit dir? Wer auch immer sich das gerade Bild dich vorstellt. Es tut mir leid. Das ist doch kein Silberspieler. Wer war das? Das ist Bronze, glaub ich. Achso. Warte, wenn es ein Zombie ist, dann ist das ein Kopperspieler. Wie hoch hast denn du da drüben das gemacht? Machst du das denn so hoch? Ja, ich habe dich... Maschela, die hübsche, ich habe dich da. Was willst du da machen überhaupt? Das sieht mir nicht nach einem Bauwerk aus. Lass sie machen da hinten, du Bauer. Bau dein scheiß Haus weiter. Das ist unser Haus, ne deins, ja? Das sind unsere Regeln hier drüben. Ähm, ähm, Lucas, wie hoch hast du das da gemacht? Fünf, oder? Sieht nach fünf aus, ja. So ein Witz. Hat er nicht gezählt. Der kann nicht mal zählen, Alter. Komm einfach hoch. Äh, Anni? Ich muss wieder Pfeile klauen, Alter. Ich habe keine mehr. Hast du noch welche? Schieß rüber. Ja, warte. Hier. Nicht so weit. Achso, ich habe dich da hinten gesehen. Schön auf den Baum geschossen, toll. Der ist auch gut, nehme ich. Bleib kurz stehen. Ziehen kannst du auch. Ohohoho, Baum, Junge. Ziehen kann ich, ja, weißt du. Ich bin's Tim. Baum, ich bin's Tim. Verpiss dich, du Anson. Ich merke, dass du Tim bist, Alter. Ist auch so hässlich. Spaß. Hey. Es war Spaß, nämlich hübsch. Ist hübsch. Ei, 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 muchacho. Ei, 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 ei. Es ist spät. Wir müssen hier, äh, wirklich, also... Ja, scheiß drauf. Ich versuche das gar nicht zu erklären. Junge versucht sich einfach, ja genau. Versucht sich einfach. Ja, ja, ja. Ich lass es einfach so stehen. Ich lass es einfach so stehen. Und mach einfach weiter. Wir sind einfach behindert. Hast du recht. Wir können auch nichts machen. Wir sind besonders behindert. Ja. Wie läuft's bei deinem... Drei, drei, vier, fünf. Bei deinem Strand... Bei deiner Strandhütte, würde ich ihr sagen. Kennt ihr das Lied Annika? Ich bin fertig, was wollt ihr eigentlich? Drei, vier, fünf. Sehr. Der baut schon neues Haus. Folgt ihm auf YouTube, Marcel. Jetzt muss er gleich fragen. Wie heißt du? Dann sag ich. Ich heiße Marvin. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Du wirst gefickt. Guck mal, Anni. Guck mal, ob das so schön ist. Wie wenn man hochkommt. Den Treppen. Ist das schön, wenn man da hochkommt. Wo sind unsere Treppen? Ach, da. Schön für dich. Oh, das ist beautiful. So beautiful. Mach mal unsere Betten an den Fensterfront, dass wir aufs Meer kommen können. Ja, ich mach es so deluxe. So wunderschön. Ah, ja. Ich baue dir sogar eine riesige Küche unten ein. Jey. Jey. Warte mal. Ist voll dumm. Anni, ich schiebe es auf Lukas. Ne, Lukas, machst du das bitte? Was denn? Ja, aber ich habe es dir hier gerade demonstriert. Ach, mir? Er sagt das doch. Lukas, Alter. Pass mal auf, ich mach das mal. Alles gut. Mach das weg. Ja, bist du mein Ehemann oder nicht? Ich mach das dann, Anni. Ah, nee, es war eine Affäre. Ah, nee. Mach das dann. Sie kann ja mit mir fremd gehen, Alter. Ich bin auch noch hier. Ja, okay, okay. Ich bin auch noch hier. Digga, was? Ich bin auch noch hier. Ich bin so richtig desperate, einfach so richtig verzweifelt. So, an dieser Stelle alle mal ein Like da lassen für diesen krassen YouTuber. Echt so? Daumen hochgepackt? Jetzt, jetzt Daumen hoch. Warte, ich muss spüren. Ähm, was? Hä? Den Daumen hoch. Warte, okay. Genau jetzt hat jemand Daumen hochgegeben. Warte, warte, warte. Jetzt ist aber gerade schon wieder jemand. Oh mein Gott. Ich, ich spüren's grad. Die Daumen, die kommen alle. Sie kommen. Sie kommen! Daumen spür ich auch öfter. Hallo. Kannst du das jetzt machen für mich oder nicht? Ja, ich mach das doch. Ich muss sie mal ganz kurz vielleicht noch einrichten. Dürfte ich das vielleicht auch noch machen? Weil in meiner Folge sollte auch noch was passieren. Lutz in Ruhe. Wo bin ich denn jetzt? Wieso bin ich denn jetzt in der Miene? WTF? Was meint hier? Äh, Anni hatte nur einen Job und sollte einfach Holz fahren. Ja, was denn? Hier sind richtig viele A**e, ne? Das kann... Ach Junge ey, jetzt kann man das auch wieder rauscutten. Bis dich. Bis dich von mir, Alter. Bis mein Haus. Bis mein Haus. Los, hau ab. Ich schlag dich mit der Angel. Oha! Mit der Angel! Ich hab 1HP, Junge. Ja, ja. Respektschiller kriegt wieder mal. Ganz typisch. Anni, wie wolltest du das jetzt machen mit dem Boden? Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich hab... Was, hä? Mit dem Boden. Mit dem Eichenholz. Also mit dem Tropenholz. Mit dem Boden. Ja, weiß ich auch noch nicht. Mann, Maschallei. Die Hübsche explodiert neben mir. Schon wieder? Ja. Oh, da ist noch einer. Von daher... Alter. Dieses Geräusch klang grad wie... Was ich ins Intro mal reingeschnitten hab. Wasser, Wasser, Kompliment, Alter. Ihr müsst... Kann mal bitte hell werden. Das würd ich schon sehr appreciaten. So, ich verkriech mich jetzt hier drin. Weil hier bin ich sicher. Und in der Zeit würd ich sagen... Leute, wenn's euch gefallen hat... Lasst uns natürlich gerne wissen in den Kommentaren. Abonnieren. Und kommentieren. Natürlich nicht vergessen. Ilja. Das war jetzt an dich gerichtet, ja? Du bist... Also abonnieren, liken, ihr wisst gescheit. Genau. Unter anderem auch liken. Hab ich vergessen zu sagen. Dann bin ich nochmal dafür. Ähm... Was hättest du ohne mich gemacht, Alter? Hast recht, hast recht. Kuss, kuss. Gut, Leute. Und dann sind wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Verpiss dich. Verpiss dich. Uhhh. Das war nicht super. Jedes Mal was Neues drauf. Alles klar. Okay. Ciao. Tschüssi. Tschö mit Ö. Tschö! Tschö mit Ö than Prosvi. Tschö mit Ötele Bühle 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 Bühle. T歲 mit Den A on Pori. Bis zum nächsten Mal.